Musik Eine perfekte Planung und Umsetzung ist das Fundament für einen reibungslosen Ablauf. Der ganzheitliche Ansatz von Träger ist bei der praktischen Durchführung einzigartig im Shutdown Rental Management. Denn neben bestens geschultem Personal wartet Träger mit einem einzigartigen Shop-System auf, das in ein ganzheitliches Software-Management integriert ist. Jede Bewegung, jeder Arbeitsschritt kann ad hoc eingesehen, dokumentiert und bei Bedarf sofort korrigiert werden. Und so funktioniert das ganzheitliche System. Die Sicherheitsposten registrieren sich mit den elektronischen Ausweisen. Dann werden sie vom Disponenten eingeteilt. Die Trägersoftware zeigt sofort an, wer wo, wie lange und in welcher Funktion arbeitet. Der Disponent ist mit den Einsatzkräften vor Ort in ständigem Funkkontakt. Eine Aktualisierung bzw. eine Anpassung oder eine Umplanung sind so sofort möglich. Die Einsatzkraft kann die für seine Arbeit benötigte Ausrüstung ausleiten. Der Trägershop verfügt über mehr als 2000 sicherheitstechnische Geräte, die für einen sicheren Turnaround notwendig sind. Das Sortiment ist eins zu eins an die Bedürfnisse und Arbeitsanforderungen vor Ort angepasst. Und selbstverständlich haben, wenn gefordert, alle notwendigen Produkte im Trägersafety Shop eine jeweilige sicherheitsspezifische Zertifizierung. Alle Geräte sind kalibriert, bestens gewartet, dafür sorgt der Trägerservice vor Ort. Verbrauchsmittel können vom Hersteller, also von Träger direkt vor Ort, aufgefüllt werden. Alle Geräte werden nach ihrem Einsatz nach dem vorgegebenen Prozess geprüft. Und sollte doch einmal ein Gerät beim Einsatz beschädigt werden, so sorgt der weltweit agierende Trägerservice für einen Austausch just in time. Natürlich können auch die Kontraktoren auf dem Gelände den Trägersafety Shop in Anspruch nehmen. Träger sorgt so für maximalen Service, höchstmögliche Sicherheit und minimalen Aufwand für den Kunden bei voller Kostenkontrolle.